Herzlich Willkommen zu einer Folge No More Room in Hell Nur mit mir alleine, den Sky So Dann geht's das, dann geht's das Dann hol ich mir jetzt eine Taschenlampe Heute werde ich etwas entspannter machen Ich habe nämlich keine Lust auf Groß rumgeschrei Rumgejammer von Relink Das kenne ich leider nur zu gut Weil ich hatte Einmal davor Noch eine Auch eine Folge aufgenommen Aber die waren ein bisschen unpassend Also Deswegen haben wir sie auch nicht hochgeladen Nicht, dass ihr euch wundert Warum Deshalb, wieso So, dann guck ich Also, ich spiele alleine Left in my So, dann gucken wir mal so rum Was hier schönes ist Da ist noch Feuerwerks Da ist noch eine Wolva Man kann ich nicht aufheben Leider Okay Kann man das aufmachen? Ja, dann bin ich gearscht Ich will das auch gar nicht aufmachen Mein Gott, ich habe Angst Wie viele sind denn hier? Wie viele sind denn hier? So, ich will gar nicht Scheiße, ich habe daneben geschossen Scheiße Heute werde ich mal ein ganzes Schaden machen Also, ihr braucht nicht denken Dass es mir nicht so gut geht Mir geht super Ich bin froh, dass ich für euch jetzt aufnehmen kann Ich habe schon lange darauf gewartet Wieder vor euch was aufzunehmen Ich hatte zur Zeit nicht sehr viel Zeit Ich war sehr beschäftigt Ja So, dann guck ich einmal noch den hier Das hört sich nicht so gut an Ich habe zwei Lads left Oh mein Gott Ich will gar nicht Ich will nicht gegen einen Zombie's Aber warum muss ich immer wieder Dazu kommen? Das finde ich eigentlich ganz blöd Sehr Ich habe zwei Lads left Ich habe sechs Dann lad durch Wenn du noch mehr rein kannst Nein, kannst du nicht Gut, was habe ich denn noch Und jetzt Dann muss ich mal auf die zwei Gau, die hier PC Die kann ich mal wegschmeißen Die Ich brauche Die, die am PC Dingsbums kann ich wegschmeißen Kann ich aber immer noch nicht aufnehmen Der Film für State Kid Ja, ich bin heute vielleicht etwas leise Ich bitte, um das zu entschuldigen Oh, unsichtbare Mauer Cool Oh mein Gott, ey Sorry, dass ich so ruhig bin Aber Ich bin hier gerade so richtig Richtig intensiv dabei Für euch, das hier aufzunehmen So So Er ist noch ein Kinderzombie Ich finde das eigentlich schade Dass ich hier dauernd Menschen erschießen muss Ich will das doch eigentlich alles gar nicht Ich will das überhaupt nicht Das ist nicht cool Warum Warum musstet ihr alle Das sind doch alle Freunde Warum musstet ihr euch alle verwandeln Nein Nein, nein Keine Muni mehr Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Scheiße Scheiße, fuck, fuck Warum Zwei hintereinander Warum 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 nur Mann, Karl Warum Geh weg Ich will nicht bekrapscht werden Oh mein Gott, nein Falsch Falsch Okay So, dann nehme ich wieder dich Adios Wow, 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 wow Du kommst mir zu nah So Dann einmal Weg Weg Kann ich eigentlich mit Ja, hier mal wegschießen Jetzt hat er das überlebt Respekt Der hat ruhig Respekt von mir verdient Und er hat das überlebt Komm, wo ist noch ein Zombie Zombie Das sind noch zwei Ne, das Das Kind ist leider viel zu gefährlich Ich fang gleich an zu weinen Das ist einfach zu traurig Auch wenn es nur ein Spiel Willst du mich jetzt verarschen, Kind? Nein Heute nicht Oh mein Gott Ich bin heute einfach viel zu leise Ich bin einfach viel zu entspannt Einfach viel Zu Ja, einfach viel zu Gut Dann bleiben wir mal da drauf stehen Einfach viel zu gucken Was für Munition hat die Noch drei Munit Drei Schoss Gebe ich die auch noch aus Ausgeben Wie unwitzig So Hä Ah nee, nicht vorhin noch Zombie Kann davon jemand rennen? Ich höre hier irgendwo noch Zombies Pass auf die hier Aber ich sehe sonst keinen Hä, hä, hä Schnell zurück Schnell, schnell, schnell Aufpassen Wir müssen richtig aufpassen Dass hier niemand uns entgegenkommt Eigentlich dürften wir die AK aufnehmen können Ich bin mir nicht so sicher Ja, deswegen schmeiße ich die Taschenlapel weg Schmeiß dich mal weg Jetzt nehme ich dich mal auf Jetzt nehme ich mit Geh ich auf die Okay Ist kein AK Ich habe ein bisschen über halb ein Magazin So, dann kann ich dich wieder wegschmeißen So Wie viel Muni? Ich habe ein bisschen über halb ein Magazin Zehn Das ist so kacke wenn man Wenn nichts aufheben kann Schmeiß einfach sicherheitshalber mal wieder hier hin Ich komme zurück wenn ich dich wieder brauche Medikit Links zu Links zu Links zu Wir müssen ja alle säubern Der Virus darf sich nicht weiter verbreiten Das hat jetzt niemand gesehen Das war nicht korrekt Ja So geht man mit Zombies um Der hat einen Schlüssel Hey, kannst du mir den Schlüssel geben? Hey Gib mir den Schlüssel Denn nicht Behalt ihn selbst Ich will ihn doch gar nicht Ein bisschen mit Feuerzeug spielen Yay, Feuerzeug Oh Kann ich nicht anbrennen? Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? Das ist ja noch ein Schlüssel Geht wieder nicht Mannometer Kann ich nicht aufschlagen? So, wo man sich hier langt Zurzeit läuft es eigentlich ganz gut Gruselige Geräusche Ganz gruselige Ich mag es nicht, wenn ich Zombies höre Aber nicht weiß, wo die sind Hä? Hä? Warum kann ich nicht hier Leck mich am Arsch Hey, hast du was Nettes für mich? Kannst du mir den Helm geben? Dann nicht Hat jemand was? Es leuchtet Aber man sollte nie Zu was hingehen, was leuchtet Es könnte gefährlich sein Oh mein Gott, ich renne raus Ich hab keinen Bock, dass mich irgendjemand Was? Hier ist schon wieder einer Oh mein Gott, oh mein Gott Also find the K Gucken Hast du den richtigen Schlüssel? Das will ich doch gar nicht Motorboot So, da hatte hier jemand anderes noch Einen Schlüssel Hey du da unten Hast du den richtigen Schlüssel für mich? Willst du mich jetzt flachsen? Pfff, dann nicht Dann nicht, dann nicht, dann nicht So, dann lad ich mal Bei meiner Gaung Heißt du, Gaugmonition nach? Ich mag dieses Geräusch von Zombiestöhnerei Okay Lass nach und überlebt Okay, für einen Revolver hab ich wieder Munition Ich will doch gar nicht so verschwenderisch mit dieser Munition umgehen Oh, oh Alter, die mich grad erschreckt Alter Das war nicht nett von ihr Das war rein gar nicht nett Oh, da ist ein Schlüssel Aber erstmal Okay, da drüber Da drüber reden wir wann anders So Dann einmal Dann halt nicht Dann hast du vielleicht nochmal nie Dann schießen wir mit der Pistole weiter Und nicht daneben Richtig Junge Bist du gut so Bist du so auch gut Und noch der letzte Schuss Das war leider die falsche Munition Schade Vielleicht gibt's ja Oh, da ist der Schlüssel Aber wohin Gut, dass dazu ist Ich würde auch gar nicht irgendwie hin So Hier ist nix mehr Oh, wieder Gauke Munition Das ist schön Das ist immer schön zu sehen Aber erstmal die Munition Munition entleeren Leuchtsignal brauche ich nicht Ähm Dich brauche ich auch nicht Dich auch nicht So Hab ich wieder genug Platz für die Für dich hier Die Schrotflinte ist immer der beste Freund In einer Zombie-Apokalypse So Auch zu Ich gucke hier erstmal überall durch Ist die Tür offen? Ne, die ist zu Oh, hier ist verbannt Ach, irgendwie beängstigend hier So ganz alleine hier Weißt du, nochmal als Beweis Ich bin alleine So, dann gucke ich Mal weiter Was erwartet mich hier? Eine MP? Oh Hm Tschüss Tschüss Ich habe meine Lieblingswaffe Wawel, wawel Ich habe meine Lieblingswaffe Das ist auch wieder so bestes Deutsch Ich habe meine Lieblingswaffe Ich sage nicht Waffe Ich sage Waffe Ich finde das Ich finde das irgendwie ein Netterer Begriff Nicht so Äh, wie soll ich das sagen? Nicht so brutal Waffe Finde ich irgendwie etwas brutal Waffe ist irgendwie so nett Freundlich Ich möchte dir nichts tun Ich habe eine Waffe für dich Boah Hey, Tür zu Tür zu Okay Das macht mir ein bisschen Angst Gucken wir einfach hinweg Und gehen nochmal zurück Ich habe hier irgendwo Munition liegen gelassen Und ich glaube, wenn ich hier rausgehe Verballere ich eher Munition Als welche zu finden Oder? Au Au Ist kein einziger Zombie Das macht mir Angst Alles ist heute so mysteriös Wieder dieses komische Geräusch Junge Du musst mal deine Ausdauer verbessern So ehrlich Ich habe ein volles Magazin Ich habe ein volles Magazin Ja, das ist auch wieder die Richtige Äh, jo Geil Okay Okay, dann nicht Jetzt habe ich für beide Ich habe ein volles Magazin Extra-Monitor noch Ich habe ein volles Magazin Ja, gut Ja, ich weiß, dass du ein volles Magazin hast So, dann gehen wir weiter Oh, müssen wir dahin Use the generator to enable Gott, ich soll ein generator anschalten Wahrscheinlich Ich weiß nicht Ich kann nicht gut englisch Ich bin in englisch nur null Leider Aber trotzdem spiele ich gerne für euch Spiele Auch wenn sie auf englisch sind Und ich habe keine Ahnung, warum ich das so betone Regeneriere erst mal deine Ausdauer Jetzt gehen wir hier durch Jetzt gucken wir weiter Ist denn hier noch Ist noch Munition Gehen wir mit der voran Guck mal da Daneben Hinhocken Schon wieder daneben Getroffen 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 Oh, ja Gut Dann Jetzt noch ein bisschen Munition Gut Mein Junge Okay, da ist nix Ich habe ein volles Magazin Ich habe immer viel zu viel Angst Es wird viel zu nahe kommen Oh, 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 oh Oh, ruhig, brauner Ruhig, brauner Ich muss nicht rein Oh, scheiße Das Visier ist zum Kotzen Muss ich ehrlich sagen Das ist schon ein bisschen zum Kotzen Aber auch irgendwie gut Boah Alter Regt das gerade einen auf Oh, scheiße 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 MP, tschüss Nehme ich mir wieder meine schöne Schotti Ähm Kannst du mal endlich mal die richtige Waffe raunt? Das ist zwar keine Schotti, aber das geht auch Macht auch einen guten Bums Der spät hier Wie viel Money hat die? Oh Das hat sich jetzt schon geklärt Ich wollte eigentlich keinen Hammer Woher kommen jetzt die? Mama 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 Wir sind so viele fremde Menschen im Haus So Nach dieser Militärputzi Hallo Hallo Okay Ey, ich kann gerade nicht ziehen Seit wann könnt ihr Türen öffnen? Blöder Zombie Das hat sich auch wieder geklärt Äh Da ist nicht so Woher kommt denn die ganzen 9? So Lach nicht so 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 Dann noch Ich Da Oh, da ist noch einer Schade Ich dachte ich muss nicht so viele Leider So Wo Ich habe vier Ja, okay Scheiße Ich habe sechs Rounds left Nein Lieber zwei auf einmal Keinen Ich habe zwei Rounds Okay Muni Was ist das für eine Muni? Ach, das Lichtsignal Was ist das für eine Muni? Scheiße, ich bin aus Mags Okay Was ist der Headcat? Nehme ich noch mit So Er hat noch genug Platz So Gucken, was es in der Garage gibt Baseballschläger Hammer Und wieder Werkzeug Eine Taschenlampe Okay Auf der anderen Seite Hier Gibt es Nix Da geht es nicht auf C Oh mein Gott Habe ich das geschafft? Auch geschafft So Einmal hier durch Und Geschafft Ich bin gerade echt ein bisschen Angespannt Schon ein bisschen Fear auf einmal ist Mein Gott Wird das eigentlich alles gar nicht Ich habe sechs Rounds Ja, okay Nur noch sechs Scheiße Okay Tuck Tuck Okay Wahrscheinlich nur noch einen Schuss Ja Nein Das darf jetzt nicht sein Wow Das darf jetzt nicht alles Das darf jetzt nicht alles wahr sein Was passiert hier? Alter, der hat eine Fratze Renn Renn, Junge Renn Ähm, ja Puh Ein bisschen tanzen Warum nicht? Geh raus hier Wie komme ich da jetzt hin? Ich muss irgendwo nach oben Das sehe ich ja auch Aber wie komme ich denn da hoch? Vielleicht funktioniert doch die Leiter Nur ich wusste nicht Ob es wirklich funktioniert Komm Leiter Bitte Bitte lass mich nicht im Stich Und lass mich bitte aufklettern Auf alle Tassen Es gibt So Das ist cool Das brauche ich nicht Das, das, das Warum funktioniert das? Es gibt irgendwas drin Oder ich brenne einfach Zombies an Alter Kann mich Nein Nein Äh, da Ich wusste nicht Jetzt noch nicht Boah Was Das weiß Alter Boah Ich bin erleuchtet So Erstmal verarzen Boah Boah Tut so weh Oh So Dann einmal hier So Was denn Dann noch Ein Ja Ähm Oh nein Was hab ich Und so Oh Ich nehm Schrottflinte Lieber wieder So Dann Ich Dich noch Aber weg So Zwei Nicht Ach Es ist so schwer Sich von Dich Von dieser Waffe Zu trennen So Okay Ich weiß dann noch Ungefähr wo ich meine Äh Schrottflinte Fallen gelassen habe Hier rein Hier rein Sagte ich Durch Hier lang Das ist ne AK Vorne was oder Liegt noch ein bisschen Hier vorn Liegt auch noch ein bisschen Da vorn Da Vonden Ich habe sechs Räume Lade nach Dann nicht Vielleicht geht's hier Irgendwo hoch Wär cool Ne Hier geht's nur ins Bad Aber die Wind brauche ich ja auch Vielleicht geht's hier lang Ich war Nö Da lang Oh Oh Vielleicht da lang Ich glaube jetzt habe ich den Weg Bereit halten Sieht ganz so aus als würde es hier weiter gehen Ich bin Ihnen nicht direkt sicher ob es hier auch weiter geht Junge Halt nach Halt nach Verstehst du das Wort nicht? Nachladen No Scope No Scope No Scope No Scope No Scope Er marschel So Wie geht denn das hier? Also nix was mich weiterbringt Auch schön zu wissen Danke Schwierig Ich weh Mein Beil Gut dann haben wir hier auch schon mal aufgeräumt Aber so gut wie ich das Spiel kenne Sponsor alle nach So Ja Wie ich es wusste Warum bin ich infiziert? Zum Glück ich das gerade eben bemerkt habe Und ich glaube Die Pillen halten nur die Infektion fern Aber heilen dich nicht direkt Das wäre auch eine logische Antwort Ja Also Vielleicht wird ich cheat Cheaten Cheaten Oder man cheatet einfach nicht So Ähm Wohin damit? Ist jetzt die große Frage Erstmal gucke ich Wohin geht's hier? Geht nicht Okay Nehme ich einfach mal Das hier Geh einfach weiter Guck aber erstmal hier schnell nach Was ist denn hier? Oh Ein schöner Strand Und ne schnelle Frau Was? Ey nein Ich hab mir jetzt gerade echt viel Müll gegeben Dass ich nicht sterbe Und jetzt Jetzt ausgeräumt Ne Ey Das war's leider schon Wünsche euch noch einen schönen Abend Und schönen Tag Und tschüss Tschüss